Es geht weiter mit unserer Sommer-Hiekelweste, Größe 36, 38. Hier habe ich nochmal die Vorlage. Wir waren jetzt hier bei dieser Reihe angelangt, haben jetzt die zwölf Luftmaschen, ich hoffe, gemacht, wie erklärt. Hier sind sie nochmal. Ich habe sie schon ein bisschen vorgearbeitet. Das sind die Luftmaschen, die dazwischen mit Festmaschen angekettet wurden. Und dann darauf nochmal die Stäbchen. Das sind ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Bögen. Fünf Bögen habe ich schon mit festen Stäbchen bearbeitet. Also ihr fangt an mit der Reihe mit einer Festmasche und füllt die mit elf Stäbchen nebeneinander. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. und eine Kettmasche und die nächste wieder eine feste Masche, Kettmasche, sage ich schon, feste Masche anfangen. Dann ein Stäbchen nebeneinander, wieder elf Stäbchen. fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf. und zum Schluss eine feste Masche. So, das habt ihr jetzt mit allen Bögen so gemacht. Dann geht es weiter mit diesen Ringen sozusagen. Davon machen wir, mal eben zählen, wie viel rein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn Reihen macht ihr denn noch. Und zwar gehen die so. Sechs Luftmaschen. Eins, zwei, drei, in die dritte Masche eine feste Masche. Wieder sechs Luftmaschen. Eins, zwei, drei, in die dritte Masche eine feste Masche. Und dann habt ihr hier diese Bögen nochmal sechs. Eins, zwei, drei. Feste Masche. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Zwei, drei. Wieder sechs Luftmaschen. Eins, zwei, drei. Dann habt ihr hier diese Bögen. Das macht ihr halt 13 Reihen lang. Dann habt ihr hier diese Breite ungefähr, fünf Finger breit. So, dann ist das Stück soweit fertig. Dann fangen wir an mit der Schulter. Die Schulter machen wir hier oben. Das ist ja eine Vorderseite und die nächste ist ja dann die hier so. Mal gucken, ob man das so besser erkennen kann. Genau. Hier machen wir dann jetzt eine Schulter. Und zwar die Schulter macht ihr so. Ihr fangt an. Ich brauche noch eben einen anderen Faden. Wieder mit sechs Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Macht wieder diese Bögen. Einfach in die Mitte der Bögen wieder einstechen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Mal gucken, wie viele Bögen das waren. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben Bögen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Jetzt haben wir wie viel? Eins, zwei, drei, vier, fünf Bögen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sechs Bögen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Sieben Bögen. So, dann macht ihr wieder ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Luftmaschen. Dreht das Ganze um. Und arbeitet die Schulter hoch. Und wieder ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Bis ihr eine Schulter habt, geht das so hin und her. Ich habe noch ein Stück, was ich vorgearbeitet habe. So sieht denn die Schulter aus. Ich zähle es nochmal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf. Reihen macht ihr von diesen Bögen. Dann habt ihr eine Schulter fertig. So, das macht ihr mit beiden Teilen genauso. Wenn ihr beide Teile habt, macht ihr hier in der Mitte des Kreises, dieses Halbkreises, Luftmaschen zum Zusammenbinden. Also, sozusagen der Verschluss. Da könnt ihr ungefähr 20 Luftmaschen machen. Die Mitte. Eins, zwei, drei, vier. Könnt ihr nochmal messen. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dredje, vierzehn, vierzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Ob man davon eine Schleife machen kann. Ja, 20 sind zu wenig. Ich glaube, 40 ist gut. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dredje, fünfzehn, sechzehn, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. So, das macht ihr auf beiden Seiten. Dann könnt ihr das vorne dann verschließen, die Weste. Das ist noch ein Punkt. Jetzt haben wir die Schultervorderteile und jetzt Rückenteil. Genau. So, im Rückenteil habe ich 90 Luftmaschen angeschlagen. Ups. 90 Luftmaschen. Und habe angefangen, wieder diese Bögen zu machen. Jeweils sechs Luftmaschen. Hier am Anfang habe ich ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und dann bin ich in die zehnte Luftmasche, habe ich dann eine feste Masche gemacht. Dann habe ich wieder sechs Luftmaschen. Dann in die dritte eine feste Masche, wieder sechs. In die dritte eine feste Masche. Habe ich hier ganz viele schon fertig. Also Luftmaschen waren es 90 für die Rückenteile. Jetzt klemmt meine Wolle im Moment. So. Also, ich zeige es euch nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Luftmaschen. 1, 2, 3, in die dritte Masche einstechen. Eine feste Masche. Nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, in die dritte Masche. Luftmasche einstechen. Eine feste Masche. Das macht ihr bis zum Schluss. Das ist dann die Rückseite. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist jetzt unser Rückenteil. Dann geht es weiter. Dann macht ihr wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dreht das Ganze um und stecht in die Mitte der Ringe ein. 2, 3, 4, 5, 6. Und wieder in die Mitte. Dann habt ihr hier die ganze Reihe. Das ist für die Rückseite. Das könnt ihr dann beliebig abmessen. Ich kann mal eben schauen. Das wäre dann hier die Vorderseite. Rückenteil haben wir dann ungefähr ab hier. Also 15, 15, 20. Also 20 Finger Rückenteil häkeln. So 20 Finger nebeneinander zählen. Oder ihr misst das am Rücken nochmal aus. Und im dritten Video zeige ich, wie man die ganzen Teile zusammenbringt. Und wie die Weste fertig aussieht. Das kommt dann im dritten Teil. Also 20 Finger. Danke.